Die Boxen auf zum 8. des Tages, zum großen Preis der Freiberger Brauerei. In guter Linie waren sie abgesprungen. Guter Start von Invincible Realy, auch Moonpower vorne raus, Wesenberg, Außen, Sioux. Das sind die vorderen Kandidaten in den ersten Bogen hinein. Wesenberg jetzt an vierter Position zu sehen an den Reels, innen vor Prinz Oliver, zwischen diesen beiden galoppiert Oriental Dream vor außen galoppierend Wachmann, ganz innen kurzer Weg im Bogen für No Walls und vorletztes Pferd Makan, letztes Pferd ist The Flying Rocket. So haben die Kandidaten die Gegenseite erreicht, 1400 Meter noch bis zum Ziel und Josef Beukow führt mit Invincible Realy. Invincible Realy vor dem Favoriten vor Sioux in zweiter Position, dahinter dann Moonpower an dritter Stelle vor Prinz Oliver mit Oriental Dream. Die Augenquäler Farben führen das Mittelfeld an, vor Wesenberg innen daneben. Dann sehen wir Wachmann vor No Walls, Abstand, eine kleine Lücke bis zu Flying Rocket und letzter ist Makan. So sind sie im letzten Teil der Gegenseite unterwegs und gleich im Schlussbogen angekommen. Invincible Realy mit der Spitze vor Sioux in zweiter Spurenposition. Dahinter hat sich außen Prinz Oliver etwas verbessert, innen der kürzere Weg aber für Moonpower vor Oriental Dream. Dann Wesenberg innen mit Wachmann vor No Walls, vor Flying Rocket und in letzter Position Makan. So sind die Kandidaten gleich im Scheitel des Schlussbogens angekommen. Invincible Realy bleibt voraus. Der Außenseiter vor dem Favoriten Sioux, dann Moonpower innen vor Oriental Dream, der setzt nach. Prinz Oliver will den Kontakt nicht abreißen lassen. Wachmann dann im Mittelfeld mit No Walls, mit Wesenberg innen an den Reals. So ist die Zielgerade erreicht. Und außen greift hier Sioux den führenden Invincible Realy an. Sioux ganz außen mit Invincible Realy. Die Kandidaten weit verteilt in der Bahnmitte. Moonpower mit Wachmann auf dem Weg nach vorne. Zwischen Wachmann und Invincible Realy sehen wir Oriental Dream. Aber die Spitze bei Sioux außen. Invincible Realy verteidigt sich vorne aber. Und da ist Flying Rocket auch zu sehen. Flying Rocket hat sich hier durchgeschoben in der Bahnmitte. Flying Rocket vor Sioux. Ganz außen No Walls. Flying Rocket. Flying Rocket. Dritter Start in diesem Jahr und dritter Sieg in diesem Jahr. Sioux wird zweiter, No Walls wird dritter. Dann vielleicht noch Invincible Realy vor Wesenberg, vor Prinz Oliver. Dann Wachmann, Oriental Dream. Dann Makan und Moonpower. Dann Makan. Und dann Makan. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das ging ja diesmal schnell. Achtes Rennen, offizielle Ergebnis. Es siegt die Programm-Nummer 5. Flying Rocket vor der Nummer 9. Sioux, der Nummer 3. No Vols und der Nummer 2. Invincible Willi. Fünftes fährt die 10. Wesenberg. Gucken wir uns die Quoten an, des achten Rennens. Die 5 Lion Rocket auf Sieg 5,90 Euro auf Platz 2,20 Euro. Die 9 Sioux auf Platz 1,90 Euro. Die 3 No Vols auf Platz 4,40 Euro. Die 2er Wette 5,9 zahlt 13,70 Euro. Die 3er Wette 5,9,3 272,10 Euro. Und die 2 aus 4 Wette zahlt 4,70 Euro für einen. Zurück. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018